nur ein was sie sehen ja mit ihm auch erhält ja aber fällt sie ist ja von wegen die Multitasking-Fähigkeit aus der reine nachher ich habe alt war nachdem man mit einer Fähigkeit der Pfarrkauf Prozent und lässt sich um sie mir überlässt die Gegner ja mach mal denn du musst werden Prozent ich bin schon aber echt ja ja ich bin ich brauche noch 34.000 okay ich hab noch 25.000 ja okay dass ich noch mal ein bisschen der Welt du kriegst ja auch Erfahrung du kriegst ja auch Erfahrung ein Teil ist wieder die Stadt wir sind wieder an der Stadt wir sind einmal komplett zurückgelaufen ein der Ferne meint es irgendwann mal schuld meint er mich jetzt gerade gerufen und weil ich mich nicht mehr Moment da ist noch eine Kiste mit dem Bogen drin der Hammer und ich weiß ich will irgendwie auch Fernkampf um um ja wo mich ich gehen oder Fernkampf ich bin ich über was ich kann keine Bogen Fragen ich kann alles was ich kann ist hier die Energiepistolen von dem Tempelwächter da ist das nicht schon was sondern los kommt Wohin Reifenburg und dann Insel der Seraphim haben wir ja nun abgelesen wir können ja mal eine Prozent bis zu Hause später mal ja wenn man ein bisschen auf dem Level sind das m m m b m m m m m m m m ich bin auf eine ganz ganz schweren die mit Ebenen das war für eine Löhre und D und E ein Stasel ist ein Milos ein ich bin gerade in der Höhle Sto so erst mal jemand Kumpel mein Duplikat und wenn ich sterbe in Köln noch mal Zeit habe ich schnappt und 0 251 erst mal gestanden okay ich bin fast gar kein Schaden aus und das ist schon mal gut okay wenn du die Katze das war tot was da mit einem Schlag von Duplikator da wurde aber gedacht Prozent Gott machen was dieser Kohl oder auch muss sein so der macht mit 256 ein Schlag zwei Hachen und schießt ab ich bin wie viel Leben habe ich überhaupt ich habe 534 Leib warum habe ich so wenig Leib ich habe mir als gut ich muss unbedingt mal wieder auf Klims Einheiten gehen auf Gesundheit 534 noch als die März gegen Kopp noch 530 ja ich habe schon gerade eben schon gesagt oh Gott ok wo ich weiß nicht automatisch raus ich weiß nein wo bist du wo ich bin wir haben verkaufen wenn er startet in soweit doch gestorben und auch schon wieder ja in meinen Schülern verkaufen wenn man zählen nur er denkt nur anziehen unnötig wenn nicht da eigentlich denke ich an Geld ich denke nicht an Geld nur so eine Niederung ich denke nicht an Geld ich denke nur daran was ich dabei machen kann auch wie viel gebrauchten ein Jahr Mühle naja nach ich habe 14.000 was wird sich trauen mit 50 woher war es so was schon erst gesagt Prozent Geld war kein Geld 54.600 die Musik mehr ich habe 14.000 32 da wurde noch mal kommt aber noch nicht ja wo wir mal hin ja also ich bin jetzt hier in den Moment ja nicht in Prozent Prozent Reifenburg weil ich dachte mir mal das war mal den Weg weitergehen durch die Berge oder so ich bin hast du gedacht habe ich mir mal sehr gedacht mal gucken was da so passiert wo ist ein bisschen Leben haben wir uns haben wir sagen lassen die Kamerung bestimmt gut wenn ich auch genau ein bisschen mehr ich bin die ich bin auch hier Prozent nur wenn ich will ich hinbekommen also das war bei uns zu tun hier ist gerade ein Wolltler wird also von der Wendel her passt ja ja die Küche gerade mit der Welt wird sehen Kleinviechern also ich glaube sogar die Läden alle mit ich bin nicht im Weitblick oder aber auch die erste Stadt nach und sind ja alle für die Forschung in 19 Uhr nicht forschen kann und eigentlich noch wir kennen ja mit 1 der Grunde ich sehe das angreifen er in der Form um bei 8 sobald kenne ich auch aber das geht richtig schnell die besten Händler ich habe auch nichts zu verkaufen ich nur irgendwie und mit Eier so ein so ein so ein Norman Junger auch großer Beer jetzt noch mehr Scheiße der Kämpfer mal ein nicht ein toller Jäger aber nicht ein toller Jäger nehmen ein ähnliches das war es denn der Karten muss schon die Dauert ich weiß nicht mehr aber auch ein Jahrhundert war was du bei mir oder bist du bei mir nicht mit mir nicht bis hin die nächste ist der Lappen der Doppelgänger und es ist ein Doppelgänger Das sah so einfach aus Das sah so einfach aus Hammerfett, ey Ja, ja Chris Stahl Chris Stahl Die Sprüche, ey So, gehen wir mal den Weg weiter, wa Alter, hast du schon wieder Blut vergossen, ey Hm Hm Okay Loll Ich glaube, das ist, wenn du es bist, Alter Ja Das ist meiner So schnell Danke 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 danke